PSL was geht ab. Nicht wundern, warum unsere Autos kaputt sind, weil wir hatten ein bisschen paralleliger, wir waren ein bisschen ballerballer im Kopf. Wir haben gemacht, die Chias geklärt, die Chias hatten wir ein bisschen im Auto zu sehr hops genommen. Du siehst, wie gut ich fahren kann. Der schreit schon weg. Sorry Leute, dass ich nicht in den Tagen online war, hatte viel mit Schulstress wegen Corona, mein Account wurde für drei Wochen war weg. Der Leute, der sagt auch, der Leute, ich hab grad so gesagt, ich hätt dacht, ich darf, ich krieg nicht. Sorry Leute, für das Hintergrund. Leute, ich sag halt nicht, nicht mehr, ich find aber nicht dumm, ich kann nicht mehr Deutsch. Also, der lacht. Wenn ich einen Gegner sehe, ich hab ein AMG. Sorry Leute, fürs AFK rumstehen, ich muss auch was machen. Shit. Alter. Baller Ding Ding, wenn ich einen Gegner sehe, ich schlage immer mit einem Tee. Ich hab, ich hab' alle auf den Kotz machen. Wie wie viele Leute gerade gesagt haben. Bruder muss los. Also, ihr seht wie ich in der Beschreibung geschrieben hab. Turken Gang. Wir haben mit Turken Gang, das heißt wir haben hier roten roten überzieher rote lederhose die dritte und türken rucksack und den atemmaske face haare also scheißegal wird wie ihr sie macht ihr müsst auch alle autos und so alle rot haben für den clan also wenn ihr euch traut und so viel geparren habt wie mir körper Genau wir haben ps4 community ihr könnt auch ich kann auch nicht mehr fahren ihr könnt auch alle rein und Ihr könnt euch alle in den clan kommen ihr könnt community reinkommen alles was ihr wollt wir sind nämlich hier mal wieder Ich habe gerade eine frau überfahren keine ahnung wieso die dumm war der trickt euch aus aber kommt alle in den clan kommt alle in den clan Ich mach dann sowieso noch ein whatsapp Auf ticktack jetzt auch noch mal veröffentlicht Ich Wie ihr seht ich habe meine autos selber nicht rot muss selber alle noch rot färben aber Egal einer ist rot-schwarz aber ich werde hier alles noch ändern alles wird geändert Okay Immer 90 fettel wie ich gesehen habe Wow Weißt du was ich nicht geschrieben habe er schreibt einfach gerade in den schulklan so ach ey 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 du bist leid und ich so ach ne Ich glaube du bist cool Leute lasst abo like da bei ihnen auch lasst abo like verfolgen verfolgen Entweder ich hab meine youtube geladen aber ich sah fast auf der nach deiner nie hunden So ist es Ich glaube du lift nicht Also da bei ihnen alle die abonnieren Alle die abonniere alle die abonneren Alle die abonniere alle youtube raus alle dislike Ok Leute, ihr habt es gehört, folgt ihn nicht, macht D.A.F.U.P, macht kein Like, macht einfach Dislike rein. Keine Ahnung warum, aber egal. Der hat so ein Flensdruck. Ah Leute, ich kriege einen Anbefall. Nö. Nö. Erstmal Handy. Leute, ihr habt gerade nicht gesehen, dass ich gerade umsonst Geld ausgegeben habe. Das habe ich gerade nicht gesehen. Ey du, genau du. Wenn du Katastrophen liest. Leck. Yo, das sieht anders krass aus. Leute, wie ihr seht, ich mache alles Türkei, alles Türkei, Bratan, alles. Der Junge im Hintergrund, der hat noch nie weniger Trader gesehen. Was geht dies mit? Alter, der will hier nur beleidigen. Ich meine, das ist mein Lassbimlaum. Ey, mein Auto schwer. Der bläht. Der bläht. Der bläht. Der bläht. Der bläht. Der bläht. Ich bin aber heute, bis 22 Uhr live. das heißt ich bin nicht die ganze Zeit nur dabei ich kann halt nur bis 22 Uhr das ist weil morgen wieder für mich Schule ist aber danach wieder schön Feier Oh hat du kein Gang? Ja ist nicht okay Gang wir haben wir nur am Ruhr ich kann kein Deutsch mehr wenn du f... Komm mal Leute ey komm mal Juni teilt mir die Wallen an der ist aber ihren Mann so schön ey komm auch mal wir müssen nur auf Instagram schreiben gehst du mit mir? Ismet du wirst erzählen ich mach alle alle du da drinnen sind fast über 300 Leute endlich geh auch morgen Leute ah das ist da Mo... Ismet ich liebe diesen Namen geh ok jetzt mal stehen auch ja aber Spoiler ist in Wirklichkeit auch echt gut da wird der Wagen schwerer deswegen gibt Spoiler ja deswegen wäre der auch aber bei Ismet's Farst bei Ismet's Farst geht es bringt das eh nix der fügt doch jetzt hier mitarbeit nix gegen die Schießmitte was dann wird das besser fahren können als Ismet Yo Ismet das gehört ich hab den fünften Kommentar bekommen ähm Mohamed der nein Ismet hat geschrieben Ismet hat geschrieben Mohamed heiz Maul und Blaum hat er geschrieben hat Ismet gerade geschrieben ich gehört du hörst grad alles was dein eigener Bruder sagt obwohl ihr im selben Haus seid aber noch was ist das ihr seid im selben Haus ihr seid im selben Haus und be... was ist mit euch los deswegen lag doch Blaum Jobcenter äh ja ich ähm Ismet hat gesagt ja ich weiß mit Kacksmail Wutda ich hab mich überhaupt gerade erschrocken ja ehrlich gesagt du wirst jetzt irgendwie was du ja egal ich fahr eh garage ey du fühl mich mal gleich einfach nicht aus du verkaufst den EC ist amg ja man mein mein Kind ist amg ich mein wach AAAAAA ich hab mal was ihm verkauft ich hätt auch das wär beste wagen LAM der verkauft den vormen geh wenn ich du wirst jetzt machen du wirst jetzt einfach machen können wenn ich einen Gegner sehe ich hab einen amg Abus ich fahre ich habe ihn was hast du Kinder oder wat ich hab einmal einen Leute, wie ich gerade gesagt habe, geht auf seinen Kanal und lasst den Dissabon und so alles lang. Ihr könnt alle gut sterben. Oh, da habe ich vergessen, Türkei Flagge draußen machen, das heißt, ich muss mit der Nummer raus. Ich habe den Auto. Den Auto? Ich mit? Den Auto. Das glaube ich. Ich fahre auf deine Sonne auf die Licht. Weil jeder sagt, dass ich verletze. Sagt der, der auch auf die Schule kommen will? Ich bin selbst voll. Du willst nur wegen mir kommen, Junge. Verzeih was. Erst lacht der, erst lacht der, erst lacht der, dann sagt er zu den Maul. Aber. Hallo. Hallo. Auf jeden Fall an den zweiten Typen, der gerade reingekommen ist. Ich bin gerade zu doof in den Garage reinzufahren. Ich stand die ganze Zeit davor und mach Tor auf. Geht nicht. Erst mal Rapparatur. An den Typen, der beigetreten ist. Du kannst gerne den Clan beitreten, Türkei. Ja, das ist mir beleidigt. Man kann den. Sollen wir morgen um 15 Uhr Gitarre spielen? Genau. Wenn ihr PS4 spielt, wenn ihr PS4 spielt, kommt auch in die Community rein. Das wäre so geil, ne? Für Fortnite so ein Türken-Skin. Ja, Outfit. Das hast du gerade nicht gesagt. Wir sind ein Türkei-Gang und das geil ist, wir sind ein Türkei-Gang und er sagt jetzt mal war noch, man kennt ihn. Ja, dir diesmal versehen, ich kaufe 50.000 Euro. Das Gute ist, der wollte die gar nicht kaufen. Wer schreibt also noch. An den Türken, der drin ist, der kann gerne reinkommen. Also, nicht reinkommen, aber du kannst gerne reden, ist misch. Geht sie gut? Nein, aber mir geht gar nicht. Nein, also dreist ihr alle acht. Kuchen, schmeckt er? Wie geht es? Geht ihr? Ei, die auch nicht. Aber du kannst nicht mehr. Aber sie muss einen beatmen. Ich habe keinen Preis mehr genug. Nein, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig, ich bin nicht fertig, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Hier bin ich nicht fertig. Ich bin nicht fertig, ich bin super fertig, ich bin gleich fertig. Aber ... Ich habe nicht den 3, 2, 1. ich bin irgendwie voll froh wieder live zu sein das stimmt das mal hier wenn ich einen gegner sehe ich habe einen gehör 12 kommentare und was ist jetzt der 12 wenn ich einen gegner sehe ich habe einen amg auf jeden fall ich meine ich meine du hast auf jeden fall einen amg es ist Corona time hey it's Corona time right now it's Corona time er kontaktiert anwalt mit telefon telefon damit er nicht in die zelle kommt leute mashallah ihr habt nichts gesehen mach mach mal aber das ist der bruder aber alle denken Leute geht drüber zu ihnen macht alle die ab ja da beleidigt ihr mit aber egal was sein kann weil das gerade sein youtube ist ich liebe es ich liebe es ich liebe es und und leidigst dich gerade selber also ob die leuchten der wagen war viel zu schnell beide einfach nur aber ja kenne die leute die youtube machen die die bühne machen du fährst wie ein richtiger Geh ehren Mann Das war sehr krass Bismillah Ah ich hab Krampf Alter in die Kommentare Aber mein Aura Elektro Weyoh der Wagen Weyoh der Wagen Mit Kaffen auf Paper Sie liegt an meinen Rücken nicht mein Paper Ich hab's gehört an diesem Lied nur warum ich liebe dieses Lied aber nur so Von Capital Leute hört euch das Capital von dem Kapital nehm mal an das ist einfach der beste Lied von Capital ich liebe dieses Lied Hä das geil ist Ja mehrere Liedern sind aber auch Die sind eigentlich auch Geh Sind auch gut aber das Lied von Capital nehm mal einfach das beste Hä Ja zu Rassismus Jürgen bist du doof mach diese Dinger weg oder ich krieg dich auf einen live stream Weiß Weißt du Weißt du Sein Nächsten Namen gerade gemacht hat Ja zu Rassismus Aber da ist jetzt nie Rasse wenn ich name so Wer ist nicht mehr Wer isty Wer ist meine Die hat der Namen grade gemacht und der heißt Ja zu Rassismus kennst du nicht mich ismat ich bin doch so depp alter bei der welt ist unter wasser der würde jetzt sagen der liebt dein auto der hat am besten die besten jahrer der welt du kennst du das licht noch? wala haram 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 Ich habe zwei. leute drinnen und 17 kommentare und die einzigen der kommentare schreibt es ist mit das traurige ist das traurig zwei leute 17 kommentare und die 17 kommentare sind nur von dies mit zwei leute alles klar und dann start das beste leben es gibt sogar ein schwimmenauto das sogar stimmen kann der wagen ich glaube verkauft doch den porsche weil er macht immer täglich ist keine Ahnung aber der Führer vor dem Event eigentlich wieder verschoben haben Junge ich geb den Corona Corona die Geminäre Klutsche ne würde ich nicht sagen was ist das ja 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 du sagst einfach ich hoffe der geht sterben ich denke so was zum mutter willst du ja egal nein schule gibt Stress bei denen gibt Stress bei ihnen gibt Stress bei ihnen weißt du noch Schlossbad? weißt du noch? wenn Corona ist, wir gehen alle wieder Schlossbad witzig jetzt Schlossbad, achso wir haben doch mal aber weißt du, wir müssen mit Masken schwimmern denn was? was ist das? ich hab, wir haben ihn noch im Pool ne? boah alter weißt du wie lang der ist? der ist genau so, der ist noch länger als mein Jara geiler der lacht was, kennst du noch deinen alten äh vor deinen Namen? Dein Jarek 1 cm? nee, was gut dein hat er vor den Namen, dein Jarek 1 cm ja, man, er vormen, ne, er vormen name Leute, schick mal, erfahrt mich nicht alles du bist ein Jarek 1 cm, endlich, ja, du weißt ich weiß, ich bin ein Ere, man sorry, soh ja, am Jard, mach. ich einen Namen, sein Schatz hier und mach. ich schätze du das, ähm, Elly wer hast du gerade meinen Namen vergessen? mag. der nicht schnell, nee locker jetzt kommt so dein jahrig 60 cm lang die millimeter sorry geht nicht mehr ich habe was geht nicht mehr ich habe ich darf moment rein gehen blies superflor fändisch spielen und ich habe six pack und ein abo da und ein abo da und ein leicht schick dich warum hat er geschrieben ich habe dir geschrieben bruder im wortchen jetzt darf man diesen namen machen wenn wir mal fünfzeiten als mädchen warum bist du von warum bist du von ich kann englisch boah kennst du das noch halt die fresse ich habe ich habe genau zu scheiße körper leute das witzige ist wir sind eigentlich in öffentlichen lobby aber keiner ist drin ich bin es nicht gewesen aber kann es nicht mehr weisen scheiße ok wir sind mein gott das muss schnell hingehen yo hooo ja wahrscheinlich scheiße in der die ich bin das witzig sind ja ja der andere typ der Mainstream auch ist bitte einmal antworten also bitte einmal schreiben nicht antworten so lebig das ja ich bin du 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 wirst du 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 Ja? Was ist drinnen? Oder dein Spießkacke, ja? Dein ja, rein Zentimeter. Der sagt, geht ja was Scheiße. Welcher Mensch sagt, geht ja was Scheiße? Wenn er im Ernst will, das geht an dich. Alter, was er gerade gemacht hat, habt ihr einfach gerade ignoriert, okay? Boah, macht haltet weg. Ismaid, kann sein, dass ich stehe. Ich schick dir mal ein Bild, ich muss mal gucken, wie du die findest. Nein, nein, die ist... Nein, nein, wie findest du die? Nein, 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 guck dir einfach an. Guck dir einfach an. Ich finde die voll süß. Ja, wo? Du hast deine Kugel-Leichladen gesucht. Ähm, naja, okay, ähm... Nein, das ist nicht mein Gesicht. Sollen wir so 6 Uhr morgens spielen? Bist du doof? Wie ist es mit? Vielleicht morgens bin ich schon längst den Bus. Nein, nein, ich... Sollen wir? Sollen wir? Nö, hallo... Hier ist Tür Henkan Paari. Sollen wir? Bist du doof? Sollen wir? So vampires? Guck mal wo ich die gerade geschrieben habe, aber sag nix dazu, sag einfach nix, ich habe es extra geschrieben. Ich schwöre, ich schwöre. Ich schwöre, ich schwöre. Hä? Ich habe immer noch immer. Hä? Das war vor. Und wo geht das denn? Musst du alles aufpassen? Wann? Sagt der, der wegen Mädchen mit mir Streit anfängt und Schlägerei anfangen wollte, ne? Ach so. Ja, jetzt sagst du nix mehr. Ja, jetzt sagst du nix mehr, ne? Guck mal, guck mal, mein Mann ist schon genug, ich habe es schon genug gebrobt. Komm, ich bin einig zu Ende, ich bin sehr schnell. Jetzt geht's gar nicht. Sieht der so gut aus? Sag mal, sag mal ob der so gut aussieht. Ah, ja. Aber das ist noch nicht weg. Erstmal ablenken. Ja. 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 Jetzt sag mal wirklich jetzt sieht der beiden so geil aus. Oder wer auch immer mein Livestream ist. ich finde aber ein baba krate ich finde rot weiß sieht alles so baba aus oh mein gott so das war manchmal W-E-Y-O W-E-Y-O W-E-Y 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 nicht was geht sollte der typ war noch kurz kacken spaß er geht das war ich habe ich habe alle wagen rot alle wagen rot alle wagen ich liebe es die geht es gut und mehr mehr ja ja du hast Mord aber du musst auch ganz so gut aufpassen du kannst gut aufpassen wenn Leute Fax machen Ismet guck mal 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 nein alle rot alle alle rot alle sind rot alle rot weiß weiß rot alle sogar Oppressor alle die dann ja 3 cm moment ja was was ist bist du denn mit deinem 3 cm ja ich führe Leute was ist denn los sag man hier ist gerade einer reingekommen der hier heißt einfach dein mit deinem 3 cm 3 cm 3 cm ich führe rein in die Gang und locker du bist das nein da gibt es du bist das locker aber du in das Wall hier ich ich glaubte ok das Profil wird nicht passen weil das Profil wird ist pink ich komm mal rein ich komm mal rein warte ich komm mal rein warte 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 guck in die Kommentare Nein, ich schreibe was, ich schreibe jetzt was. Nein, siehst du, ich hab sogar Mord, Alter. Ah stimmt, er hat keinen Mord. Wer ist das? Wer ist das? Keiner. Ist das? Ey, best du lieb, Alter, drei, drei Jahre, drei Zentimeter. Aber, wer ist das? Keiner Ahnung. Ist ja nun, wie eine Reiko, wo du sie trenierst, drei Zentimeter. Locker. Boah, das weiß ich so, ich habe einen Pisschen. Warte mal. ich weiß warum hast du das ding in seinen kommentare ausgeblendet und leute ihr könnt auch ich kann es so machen dass ihr mal für einen tag für einen leistigen mod seid das hieße ihr müsstet ständig auf einen kanal und so kommen die neue verlosung ist also ob du ein zweiter konterstellt hast aber warum hast du ein zweiter konterstellt wieso hast du ein zweiter konterstellt du kannst so weit weg fahren jetzt du kannst laufen von halte weil leg dich nicht mit leg dich nicht mit den türken gegen an leg dich nicht mit den türken gegen an wieso bist du deutscher ich wusste gar nicht dass du auch deutscher bist nein ich weiß nicht mit den jarak an halb laut halb laut ich kann weg zu können 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 auf dem kettchen du kriegst aber keinen mod warum ja nur weil du mit habana irgendetwas bist habana king trail oder so 3,2 Ja, dann willst du noch auf deinem Yag-Mod haben Alle, beide Jungen, du bist doch eh nur auf Ibana King 3 online Was trinkt dir das denn noch? Was geht, Mikkel? Mikkel, ich sag dir jetzt mal was Bevor du wieder gehst, ich sag dir jetzt mal was Bevor, und bevor ich Bevor ich den Yag-Aktiven jetzt zusammenschlage noch, alter Zeig ich dir jetzt was Ist es aber disconnected Ist es aber disconnected Ist es aber disconnected Boah Mikkel, wenn du jetzt sehen, was ich jetzt gemacht habe Na Du würdest es ausflippen Du würdest wegen der Gänge ausflippen Lassen Jungen, dein Yag-Akt 3 cm Arme, dann sag dir, der Kitz rein, sag dein Yag- Wey, yo Nooo Mein Trunk ist es Genau Boah Wie geil muss ich dir erst mal an, ich mach mal an �hz, jetzt Von H key Ja guuuut. Mir geht's gut, oder? Mir geht's gut, oder? Ja, mir geht's auch gut, oder? Einfach nur ein Köfterschwies. Was? Gebt mir ein Köfterschwies. Deine Sch... So, nochmal Leute, geht auf seinen Kanal, lasst ein Dis-Abo, schreibt alle Beleidigungen in die Kommentare. Alle in die Kommentare, mein Fund ist so geil. Gebt ein Dis-Like, Dis-Abo, gib ihm überhaupt kein Abo, gib ihm Dis-Like einfach, weil er hasst den Typen einfach so, den den Kanal gehört. Was? Wenn er hier in Lama-Latsch mich, wenn er schreibt, schreibt ein Momo, oder schreibt ein Papa, schreibt alle Beleidigungen in die Kommentare. Hast du gesehen? Hast du grad... Und du weißt mal wie? Mama, ich hab' die Garnbergchen nach uns gehen, der macht ein bisschen Gewicht. Weißt du, dass... Michael gerade im Chat geschrieben hat. Der... Aber Momo ist fett. Was? Momo. Das ist Momo. Diese Horrorfigur... Nein, kennst du nicht... Kennst du nicht diese Horrorfigur da, die ich vor Jahren mal als... Bist du... Alte... Das bin ich. Diese Horrorfigur? Nein, Mann! Nein, Mann! Das ist doch das ein bisschen genau. Momo ist alles. Momo ist da... 发 bat du... Momo ist da, die cheesy, wie du揭elst, und schiezt musst du her. Ey, Momo! Komm mit heim, Mann. Komm mit heim, Mann. Voilà, pull, pull, blablabäu. Komm mit keinem, Mann, komm hier. Sei klar! Fertig denn? Ich hab' das Gefühl, nee, duел. Du weißt, ein bisschen, ist ja, ich wollte bestätig sein, gar Baba. Oh ja, ich hab' das Gefühl. Du weißt, ein bisschen picle und ich hab' mit allem. Da schwänger ich, da schwänger ich lieber Emma als dich, Alter. Aber ich denke... Wallah, Haram, Ula. Hey Lutz, kommst du ein bisschen hier, einer nur ein bisschen schreiben an der Nähe ist so lang, weil Lutz... Dann geht... Ja... Dein... Ein bisschen mehr da mal lachen. Wait, yo! Weiß da, wo ich gerade eben über dein Auto geflogen bin? Am ganzen Anfang vom Livestream, Leute, ihr habt sowas verpasst. Der hat so Rampe gemacht, sein Auto war Rampe, ich flieg über sein Auto landen. Ja, Mann, Bruder. Ja Leg dich nicht mit dem Türken Gang an! Leute, ich bin noch, komm mal, euch an Leute ihr habt gesehen, er hat sich mit dem Türken Gang angelegt, hat einfach verkackt Leute ihr habt's gesehen Oh Spaß Wo schlägst du hin? Oh 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 bei mir dann geht mal zu ihnen rüber ich bin eh scheißegal also das hört sich grad traurig an aber wo ist der? wo ist der Pitch? wo ist der Pitch Cop? Alter ich hab doch gesagt warte mal ich hab's gesehen wie hat er überlebt ich hab's waj jo was ist der grad explodiert aber ohne RPG ja alter Unfahres 1 gegen 1 Sagt bald zu deinem Lamborghini Ich bin gegen Hützchen gefahren Also gegen Autos auch nicht so Ich kann Was gut ist Ich glaube ich habe 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 Sag doch Wolltest du gerade sagen Halt die Fresse Wolltest du gerade sagen Halt die Fresse Nein Wolltest du wirklich Ich habe Dein Wagen nicht zugemacht Ich weiß Ich könnte dein Wagen klauen Komm ich bringe ihn zu deinem Lambo Mama Okay Ey wenn du mein Ich bin der Wagen Ja Ey mein Lambo Seht deinem Lando Das habe ich gerade selber erst gesehen Hier ist nämlich Mütter Liegen geblieben So macht es noch einmal ach alter du bist ja noch anstrengender als Spieler ich schwör Junge ne blöd es ging und gefahren ich wollte er kommt schon alter Jünger wir spielen die ganze Zeit fahren herum der geht immer uns aus und Junge ich habe mit euch beiden die habe ich gar keinen Spaß weil bieler nur 27 pvp will der denkt er verfolgt wo liegt er der wird auch nur kraftisch bis der wird bestimmt nur kraftisch bis guck mal hinter dir der ist du bist 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 Alter ohne schießen ist ohne schießen mit schießen ist haram guck mal du bist nie Bindwander, aber nicht. Dein der Rekante Twitter. Näääää! Nääää! Nääää! Hallo? Hallo? Was? Bäh. Bäh. Näää! Du bist nicht verhaastig! Ja, das ist ja super fast, was kommt man zu? Nein, der hat eigentlich nicht der, der hat eigentlich nur einen. So, bitte, ob er unsere Plan kommt, falls die Gang bei GTA sind. Ja? Was geht, Ali? Ich stehe mit auf mein ACC, nein, 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 der spielt auf Superflug mit mir, GTA. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt, Alter? Wer? Der Typ, denkst du, der wäre krass? Ich komm so, er kommt so rein und sagt Ehre. Wollah, Ehre. Ehre. Ja, Junge, ich denke mir sowas will der jetzt von mir. Weißt, was der will? Mein Sipplitsche. Ich hasse Leute, die reinkommen, Hallo sagen, was Fragen wieder gehen. Wie kann ich helfen? Alter. Okay, 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 ich werde dich aus der Probleme. Keine Probleme. Boah! Daftschig, ihr bläht. Alter! 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 Nein, nicht hier mit den Kassen, Junge an der Gutschfrau. Wollah. Aber mach ich... Ah ja. Ja hier hast du mal Charakter, ich bin nicht gut auf der Straße Ich meine das ist noch bei mir drinnen Also erstmal ohne unseren Clan Was machst du mit dem Wagen? Ne Türkei, Gang, GTA 5 Ja auf dem Wagen hat er ja ich mit Adi das Flagge nicht drauf getan Und deswegen ist sie auf der türkischen Flagge noch nicht drauf Aber das ist doch, ich spiele jetzt auf Adi das Haus Nein auf Euren Ey, ich klinge das Oh mein Gott, Alter Ja wenn ihr zu dir ins Haus geht ist das so scheiße von dir Weil dein Auto ist noch so Highlighter und ich fahre mit kaputten Wagen Der fährt dann über den Wind kaputt Ich liebe es Ich liebe es Ich habe Joker Das ist Minigallplatz Nein was willst du hier? Das ist schon wie so ein Fortnite, Alter. Hier ist Sackgasse! Bitteschön! Ich hab schusslichere Reifen. Ja, ich hatte ein Licht kaputt geschossen. Alter, illegale Straßen, rennt sie mir nie vor Speedway mit. Du hast mich abgebremst. Oh Gott, wenn du jetzt da herkennst. Ich hab die Frau gerade aufgespießt. Ja, Alter. Jetzt ist der los, oder? Ja, lass mal, komm. Lass, komm mal an. Oh, na gut, hallo. Wie macht's da und so? Warte, warte. Ich tue es mir leid. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Dann können wir uns ziehen. Oh, schuss es, ja? Soll ich mich wie. Warte, 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 warte. Ich will mal kurz was machen. Ich will mal gucken, ob was du sagst, was ich jetzt mache. Juuuuh, dann sag ich was noch. Ja, ich mach den, wow. Ich mein nix, ich mein nix Schlimmes, aber du wirst dich jetzt so wundern. Ja, ja, geh ruhig. Aber Bruder, du musst keinen, äh, ehrlich, ich hab einen hier, du tust in der Leitwander. Hä? Wer ist das? Nein, 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 der hat, der macht keinen, ich mach dich nicht damit kaputt, aber du wirst gleich was erleben hiermit. Und, alles fertig, du bist gut. Okay, bist bereit? Ja. Ey, warte, du kannst mein Auto mitnehmen, ne? Äh, nein, aber nur mein... Achtung, Mann, da sind so ein Raketen! Äh, ich soll mir, wenn du weißt, komm. Komm, du musst dich irgendwie treffen, komm, ich fahr weg. Alter! Das ist ein richtiger Atombomben! Ah! 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 Kann sein, dass ich gar keine Raketen mehr habe. Ah! Das ist drin! Kann sein, dass ich gar keine Raketen mehr habe. Oh, oh. Ah! Ah, du kannst du raus, ne? Du kennst ja ihn, du kennst ja, ne, diese Frau. Die hat meine Wünsche vielleicht, meine Instagram-Bilder vielleicht. Oh mein Gott! Weil, wenn erst mal so einer folgt, dann hat er ein Live-Stand. Dann hat er alle meine Wünsche vielleicht. Und ich... Ich weiß nicht. Dann hast du mal mich nicht bei dir geholfen. Aber wo ist das Beckenhaus jetzt? Nein, nein, das ist Beckenhaus. Nein. Simple, Beckenhaus. Dann bin ich auch nicht. Nein. Nein. Weil wir die beiden in Schlüsselaschen sehen kannst. Manns. Kann man sagen? Ich bin schon zusammen. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Cocaína 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 es war ein kalt was geht ich glaube ich habe das geht Ich bin hier vorbei. Hallo, wie geht Alina zusammen? Das ist ein Fanggang. Warte, du kannst mir nicht sehen, ja. Oh, Dicke. Warte, wie... Warte, wie... Aha, hier kommt die Wacht. Ich bin hier im Arsch. Ich bin hier im Arsch. Hier ist die Wacht. . . schaukel 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 Sohn? Oh mein Gott. Oh. Oh mein Auge. Oh mein Auge. Hier mal, Alter, mein Auge. Abbremsen. Die Kamera geht ab so schnell ab. Oder ich hab so viel Spaß, ne? Ich muss ja jetzt mal Autobahn gehen, komm jetzt. Ich wurde abstinem. Die Läge wird abstinem. Okay, erst mal zwei mal rechts, Alter. Hallo. Ich hab's gefeiert. 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 Ich lebe Ja, ich habe es noch nicht gehört. Ah, ich habe es mir gehört. Oh, wooo! denkst du ich kann nicht hinterher komm her du kleine maus ich hab ich habe und schokolade für dich komm herr moment ich hab eh so ich hab eh noch ein Döner und bisschen zu schick für dich also glaube ich doch gerade gehört ich habe gehört moment ist schwul ich hab dein auto frei gemacht was schießt du auf mich auch wieder sehen 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 ich habe ja bist du für eine Land, fahr doch! Stell dich mal vor das Auto Stell dich mal vor das Auto Willst du zu Hause kommen? Ich kann mich schon Da, da bin ich zurück Warum lachst du? Warum war das, ne? Du bist geistert und du darfst Du bist dicker Ja, du musst mich Ja, geh, du bist zurück da Du bist weg Du bist weg Du bist weg Was? Warte, du bist weg Warum rutsst du das? Warum rutsst du das? Warte, du bist weg, du bist nicht? Nein, was es? Was? Was? Warte, warte, warte Warte, warte Freude ich, warte! Aaaaaaaah Warte, warte Jaaaah Dach, scheiße Ich kann nicht in meinem tonesential Warte, gleich Ey, warte, wenn du 123 Still recomendierst Warte Joooooo I am stupid. I won. Danke für die Tür Du hast keine Türen mehr? Du hast aber gar nichts im anderen Kofferraum uo, leer, 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 leer ЬHELA, LEILA, BIDEN, 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 BIDEN BIDEN J! Leute, ihr sehen, was ich mit dir mache? Das machen Leute, wenn die Sangeweide haben. Das wäre viel zu schön gewesen, wenn die Sangeweide runtergefallen wäre. Oh no, wey yo. Du hast gar nichts mehr, du hast keine Türen mehr, du hast gar nichts mehr an deinem Auto. Ich glaube dein Wagen ist damit jetzt auch viel langsamer, das heißt ich kann nicht mehr... Was? Was ist das? 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 Das Auto wird durch die Polizeiwache gebracht wenn du dich abhaust. Was ist das? 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 BeiPRich! Das Auto wird durch die Polizeiwache aktiviert und Formulastellen. War überhaupt ein Team. Was war überhaupt? Du bist nicht anhiniere. Ich bin von vorne, was weiß ich schon. Was ist das? Ich bin ein Beerisch Chip und weiß die Person, der weiß was ich schon рес wonach ja 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 gut gut da guck mal da guck mal da 60.000 what the fuck 70.000 grateful for that ja ich glaube ich beendet gleich den livestream weil ich keinen Bock mehr auf live hab da war es eine Person drin das war mir aber scheiß egal da ist die Bollilei also ich bin jetzt mit Ismet ja genau ich spiele PS4 wenn du willst kannst wenn du PS4 Spieler bist kannst du auch mir verfolgen heiße da wie da oben steht kannst du auf screenshotten einziffen der ersten Namen oben du könnt du kannst den Türken Clan der Community beitreten du kannst der paar alles beitreten wir sind alle von der MQ da bläht darf ich schon noch eine aber egal aber gut egal ich wechsle mal zur anderen Türken Auto jetzt mich als wäre ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dem Lambo kein Bock kein Bock vor allem weil ich nicht verstehe ne an dir du fragst die ganze Zeit wohl Steckdose Junge du wohnst in deinem Haus in dem Haus und fragst du Steckdose Messer rein Messer raus Stich in deinem Bauch auch in deinem Haus pumping über so das ist dass durch perfekt entspacht weiter Messer rein, Messer raus, Stiche in deinem Bauch. Ähm, Leute, das habt ihr jetzt nicht gehört. Hm, Leute... Sie hatten eine Pfeife ... Ja, ich drücke an den Foketten. 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 Was habe ich dir verpasst? Ja, ich drücke an den Foketten. 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 Das geile ist, na, ich hab so lange kein Fortnite mehr gespielt und bin immer noch so gut im Fortnite. Ich denke mir so, was ist das? Bäh. Was ist das? Nein, das ist hier. Das ist Lambo, ne? Hallo? Du, was macht mich? Und wo? Wie heißt der Auto nochmal? Vigilante. Wie heißt der? Vigilante, what the fuck. Ah! Warum schießt du auf mich? Die Bullen! Was wollen die... Nein! Polizei! Warte, das ist mein Werkzeug! Ich hab auf... Ich hab auch gestern gemacht. dois... Scheiße! Weii jo! Yes! Hahahaha! Hahahaha! forgot die... Hahahaha! 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 Stop! Come on! Come on! Come on! Come on! What? I don't want to go wrong I'm not going to shoot the other side to the other side. Ah, ah, ah. Moment Runde mit dir Ich muss weg Sorry Bruder Ich gehe in den Zoffer rein Wenn ich das jetzt schaffe nicht ins Wasser zu fliegen Aber ich habe es geschafft den EKW zu nehmen Weiyo 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 Aber ich will gar nicht wissen wie ich den EKW genommen habe gerade Weiyo 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 Wieder Schon wieder im Wasser Was ist das? Woi? Was mache ich? No 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 Ja, fahr runter, halt Warte mal, ich löse Mitarbeiter auf, dann können wir uns prügel Komm her, was? Weyoh, weyoh, weyoh Geil, ja? Nein Achtung, Granate Klappach Damit du wieder oben bist, immer gerne Und dann habe ich dich gerade damit getötet Habe ich jetzt nie gedacht, aber egal So Bereit machen zum Abflug Leute, ich will das jetzt damit beenden Wie ich ihn jetzt da rein kicke Okay, Leute Drei Zwei Eins Go Der blöd Okay, Leute, ihr habt es gesehen, der ist da rein gefallen Äh, doch nicht Aber jetzt wird der dich rein fallen Durch mein Post-Lock Warte auf der nicht rein gefallen ist Ja, okay, wer hier, okay Haram Boah, da hab ich geflogen bin Leute, das war's mit dem Livestream Und ich wünsche euch noch eine schöne gute Nacht Und einen schönen guten Tag Und Bleibt gesund